Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach Bunkern und irgendwie bin ich nicht in der Lage, Bunker-Missionen zu finden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Also nochmal, um es ganz klar auszudrücken, ich habe gesucht bei Bounty Hunter Missionen nach diesen Fragezeichen RT Missionen, aber die sind irgendwie nicht vorhanden. Active Bounty Evaluation, what is this? Provide Transportation, Rackside, ne. Okay, also das waren eigentlich so Fragezeichen RT-Geschichten, aber die finde ich hier nicht. Und auch bei Mercenaries, ich befinde mich hier über Hearst, da finde ich auch nichts. Also fliege ich jetzt einfach mal die Bunker einfach so an und gucke mal, ob wir da vielleicht was finden. So, einfach so an, ich habe mir einen rausgesucht und zwar, warte mal, wo ist denn der? Ja, da. HDSF Millebrand oder wie es heißt. HDSF sagt mir nichts, könnte sein, dass das Bunker sind. Eventuell allerdings könnte das dann eine illegale Aktion werden, aber... Also sprich, es könnte Illegal Trespassing sein. Wir schauen mal. Also einmal drumherum geflogen, einmal angeflogen, mal geguckt, ob das eventuell Bunker ist. Ich will ja eigentlich nur, ich will ja gar keine Missionen da machen. Ich bin übrigens, wir unschwer können, immer noch mit der Conny unterwegs. Ich will ja gar keine Missionen machen. Ich will nur die Kisten looten, weil ich an die Halloween-Geschichte ran will. So, ich gebe mir die Kontrolle. Gucken wir mal, was das für eine Location ist da unten. Warte zu, da müsste ja was sein. HDSF. Also wenn das HDSF tatsächlich, wenn das ein Bunker ist, dann wissen wir zumindest, dass wir die HDSF... Also HDMS ist es nicht, glaube ich. HDSF, weiß ich nicht, ob das Bunker sind. Schauen wir mal. Da steht zumindest ein Schiff rum. Durch ein Spielerschiff. Können wir mal scannen. Was ist es denn? Eine CN Spirit, okay. In der letzten Folge habe ich ja alle möglichen Missionen gemacht. Was heißt alle möglichen? Ich habe Missionen gemacht, habe da auch ein paar Kopfgeld dafür eingesackt. Aber das waren eigentlich einfach irgendwelche Piraten, die in der Nähe von Wracks rumgelungert haben. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Ist das ein Bunker? Das könnte ein Bunker sein. Wir fliegen mal hin. Ich fliege mal dahin, wo die C1 Spirit sitzt, weil die ist wahrscheinlich da in der... Ist das ein Bunker? Ja, Trespassing. Risk Prosecution. Was ist Prosecution? Das ist wahrscheinlich Mord und Totschlag, ne? Ist das ein Bunker? Ist das kein Bunker? Wer ist das denn? Ist ein Bunker. Ich lande mal hier. Nein, kein Docking Request. So, runter. So, das heißt, ich kriege hier wahrscheinlich gleich Ärger. Oder? Also Türme sind scheinbar keine da, sonst... Private Property. Ja, komm, wir gehen da mal rein. Ähm, so. Den Ursa brauchen wir nicht auspacken. Den lassen wir mal im Laderaum stehen. Nein, das war auch falsch. So, da hinten ist ne... Kannst du mal die Klaue wegpacken. So. Ich will ehrlich gesagt mir auch kein Crime-Stat einfangen. Leave or Risk... Was ist Prosecution? Heißt das, dass ich da einen... Dass ich da einen Crime-Stat kriege? Komm, wir gucken uns mal die... Gucken uns mal die Spirit an. Hallo, wer hat das Spirit? Naja, gut. Kommen wir nicht rein. Dann rein in den Bunker. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Die Türme sind aber aktiv. Was heißt aktiv? Sie sind da. Jetzt ist die Frage, da ich ja hier quasi... Bin ich hier im überwachten Modus? Ja, ich bin hier nicht im überwachten Modus, im überwachten Bereich. Kommt da ein Aufzug? Ja, er kommt. Sehr schön. Okay. Das war ja auch mal ne Zeit lang der Fall, dass die... Dass die Aufzüge kaputt waren. Wie gesagt, ich will ja hier eigentlich gar nichts. Ich will ja hier nur in die Kisten gucken, um an diese... Um an die... Äh... Um so eine Halloween-Maske zu erwischen. Jetzt ist die Frage... Bringen die mich jetzt um, wenn die mich sehen? Gute Frage. Nächste Frage. Und ist da überhaupt jemand vorhanden? Wer stirbt denn da? Und woran? Hört ihr das? Wenn ich Pech habe, ist der Eigentümer der C1 noch da. Ich will ja nur in die Kisten gucken. Lebt der noch? Das war ein Spieler, ne? Das war ein Spieler. Tut mir sehr leid. Guck mal, ich heil dich. Ich heil dich. Guck mal, ich bin ein Lieber. Ich bin ein Lieber. Ich hab dir nichts getan. Sorry. Ich bin so ein Lieber. Hoffentlich schießt er mir nicht in den Rücken. Warte mal, guck mal mal kurz her. Sorry. Made in the Bunker. Don't only search for masks. So, aber wahrscheinlich hat er mir schon einen Crime Stat verpasst, ne? Ähm, so. Trespassing in, äh... Ähm... Was haben wir hier? Oh, kurz gucken hier. Der hat aber auch nichts dabei, ne? Gut, der wird jetzt natürlich auch noch Masken suchen. Ich bin erst mal erschossen. War das jetzt doof, dass ich den wiederbelebt habe? Vermutlich. Ich hab jetzt wahrscheinlich auch einen Crime Stat, ne? Ja. Crime Stat 2. Haha. Shit. Ja, gut. Man kann's ihm nicht verdenken, ne? Ähm... So. Ich wollte ja nur Masken haben. Masken, Masken, Masken. Hat er die hier alle schon angegrabbelt? Vermutlich, ne? Wahrscheinlich alles schon angefummelt. Ich hab'n Crime Stat. Ich hab'n Crime... Können die die Masken dabei haben? Nee, ich glaube nicht, oder? So, jetzt haben wir einen Crime Stat. Das ist natürlich nicht so gut. Andere ist auch nicht so wild. Da ist auch nichts drin. Also, wir finden hier zwar hin und wieder mal... Der hat schon alles erschossen hier. Spawnen die eigentlich nach, wenn man hier wartet? Hm, der hat auch nix dabei. Können wir hier nochmal gucken? Nix. Äh, okay. Ähm, jetzt haben wir natürlich einen Crime Stat. Und der Crime Stat ist natürlich nicht so gut, aber... Du bist ein Schlinds, ey. Du bist echt ein Schlinds. Wo sind die ganzen Kisten? Tja, das war's. Wui! Komm rüber da. Und... Klautz! Gucken wir hier nochmal ein bisschen um. Hat er alle erschossen? Ähm... Lad mal kurz nach. Ach, die haben wir schon nachgeladen. Keine Kisten. Warte mal hier, oder? Ne. Auch keine Kiste. Da auch keine. Ne. Können wir uns auf den Kopf stellen. Die haben wir, glaube ich, auch schon angegrabbelt. Ja. Gut, also, aber merke, HDSF sind Bunker-Missionen. Okay. Gut, dann, äh, was heißt Bunker-Mission? Bunker. Jetzt rennt er hier mit dem Crime Stat rum. Ich sollte mich hier wieder faturnisieren. Geh mal in Deckung, falls jetzt noch einer runterkommt. Der schlechteste Verbrecher aller Zeiten. Erschieße einen und belebe ihn wieder. Warnreflex. Ich geb's zu. So, weg hier. Was da oben wär. Ich seh keinen. So, kriegt man mit Crime Stat 2 schon... Naja, auf jeden Fall darf ich nirgendwo mehr landen, ne? Kriegt man da schon... Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt? Eventuell ja. Ja. So, aber das heißt ja nicht, dass wir die HDSFs nicht abfliegen können. So, wo ist mein... Da ist mein Schiff. Erstmal Spieler erschossen. So. Wir nehmen mal die nächste HDSF noch. So. Kurk, 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 kurk. Aber ich glaube, wenn... Wenn, dann hätte ich schon... Hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Spiele auf den Hals gehetzt gekriegt, ne? Wie geht's mit meinem Ursa? Oh. Hätte ich bloß nicht nachgeguckt. Hätte ich bloß nicht nachgeguckt. Also, es läuft ja wieder alles. Es läuft ja wieder alles. Der Fleck ist wieder unterwegs. Es ist das Beste. So, wir suchen uns die nächste HDSF-Mission aus. HDSF... HDSF Hobart. Hier wäre die nächste, ne? Aber ich nehme mal eine andere. Hier, Zarrarias, nehme ich mal. So. So, auf, hier geht's. Auf, auf und davon. Habe ich den über den Haufen geballert? So, erstmal müssen wir 10 Kilometer höher erreichen. Ja, außer Crimester 2 haben wir nichts erreicht. Unglaublich, dieser Fleck. Was der alles treibt. So viel Spaß für wenig Geld. So, äh, 5 Kilometer Höhe. Schub. So, sieht gut aus. Uh, das wird eigentlich ganz anders. Ähm, ne, ganz wollte man nicht. Wir wollten in den Quantum-Mode. Nee, Hirsten überhaupt mal auch nicht. Ähm, warte mal, das haut natürlich nicht hin. Ähm, wir brechen mal kurz die Mission, äh, nicht die Mission, die Zielauswahl ab. Cancel. Also, wir sollen erstmal nach Hirsten fliehen. Ähm, sind wir noch zu... Ab, nach oben, war wieder auf dem Weg nach unten. Unglaublich. Auf, auf und davon. So, anhalten. Und jetzt müssen wir können. Okay, äh, lass mal kurz gucken. Wir wollen nach HDFS, äh, HDFS wollen wir irgendwo hin. Da, den wollten wir, glaube ich, nehmen. Einmal rum. Verdammt, haben wir uns einen Crimestead eingefangen. Weil er mich natürlich gemeldet hat. Wie gesagt, was man ihm nicht übel nehmen kann. Ich hätte ihn auch gemeldet, wenn er mich erschossen hätte. Andererseits, ich hätte ihn auch... Wäre ich jetzt ein richtig... Aber was ich nicht bin. Ich bin dafür... Ich bin so herzensgut. Äh, ich hätte ihn natürlich jetzt einfach looten können. Wahrscheinlich hat er tonnenweise Maske an Bord gehabt. Äh, an Bord. Dabei gehabt. Aber ich bin halt zu gut. Das... Ärgert mich das jetzt? Nein. Doch ein bisschen. Nein, oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn einfach tot lassen können. Crimestead hatte ich ja sowieso schon. Und hätte ihm... Aber dafür bin ich einfach... Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin für PvP-Spiele wirklich nicht geeignet. Er schießt ihn und belebt ihn wieder. Hätte es einen Chat gegeben. Ich hätte mich sogar noch entschuldigt. Tut mir leid. Sag es nicht meiner Mutter. Nein. Kennt ihr das? Habt ihr auch so ein Verhalten manchmal? Ich weiß es nicht. Ich denke gerade... Ich denke gerade wirklich... Ohne Witz. Ich denke gerade massiv... Überdenke gerade mein Leben. Bist du zu weich, Fleck? Ich glaube schon. Zumindest für Spiele. So. HDSF Sararias. Denkt nicht weiter drüber nach. Fliegt nach Sararias. Ninetale Territory. Okay, hier darf ich alles abschießen, was ich nicht betreffend brauche. Da müssten jetzt eventuell... Ja, habe ich mir gedacht. Ey! Treffe ich irgendwas? So, das Ding ist vernichtet. Aber noch was? Ne, das war alles. Ah, das alles? Ein einziger Turm? Niedlich. Ähm. So, wo ist denn der Eingang? Ich will nicht wieder so weit vom... Oder? Jo. Habt ihr das hier sehen? Da habe ich mal ganz kurz den Turm ausgeknipst. So. Aussteigen. So, alles was da drin ist, darf ich jetzt aber erschießen, weil hier ist jetzt kein... Hier ist jetzt kein... Kein Spieler, also kein anderes Schiff. Was ja nichts heißt. Und es ist Ninetale Territory. Hallo, meine lieben Ninetales. Hast du den weggepustet, den Turm, was schon gut gemacht? Ja, du bist ein ganzer Mann. Er schießt Leute beim PvP. Belebst du dann wieder? Entschuldige ich dich bei ihnen. Ich an seiner Stelle, ich hätte mich erschossen. Was machst du da eigentlich? Bist du doof? So. Wir haben genug Munition in dem Ding. Wir haben oben unseren Ursaal, in dem wir verortet sind. Ich hab den umgebracht und wiederbelebt. Naja. So Rockshort, man. Habt ihr da gesehen, liebe Kinder. So Rockshort und Hulort, man. Unglaublich. Unglaublich, der Mann. Hier ist niemand. Natürlich ist da wer. Guck, guck. Hallo. Boah. Der hat mich erwischt. Hab mal erwischt, glaube ich, ne? Ja. Du 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 du. Ja, find mich mal. Was? Zum Henker? Du bist so blöd. Ähm. Ähm. Warte mal. Wieso? Jetzt. Und jetzt müsste ich an meinem Ursaal wieder auftauchen. Wer schießt denn da auf wen? Also ich bin ja tot. Ich bin ja nicht mehr da. Lauf zu schießen, bin tot. Guckst um die eine Ecke, kommen die um die Ecke. Du bist der beste Pirat, den ich jemals gesehen habe, Fleck. Könnte ich jetzt bitte wieder aufstehen? Müsste jetzt in meinem Ursaal wieder aufstehen. Hallo? Ah. So. Mit keinem Crime-Stat mehr, weil ich bin ja tot. So. Oba, das ist aber finster. Ähm. Ähm, Moment. Contract available. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Äh, warte mal. Ich sehe nichts. Ich habe auch keine, keine Lampe. Das Problem ist, ah. Blind, ich bin blind. Blind, ich bin blind. Jetzt hier mal. Achso, okay. Ich komme. Ich muss an meine Waffe rankommen. Oder an irgendeine Waffe. noch nicht mal ein Hemd an. Und komische Sonnenbräune habe ich. Hört an den Schultern auf. Oh, Gott. Flag at its best. Das darfst du mir da gar keinem zeigen hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Panik, Udo. Fahr jetzt runter. Ich baue eine Knarre. So, jetzt musst du schleichen, Freundchen. Denk dran. Du kannst auch. So. Oh, Gott. Ja, hör mal. Let's see what's going on. Hör auf, auf. Was ist nicht, was ist die Knarre? Ah. So, zieh das jetzt an. Unglaublich. Fleck at its best. Fleck at its finest. Den hab ich grad erschossen. Nein, nein. Die haben aber auch gute... Wer ist das denn? So. Noch wer? Flag at its best. Sind da Zivilisten dabei? Wahrscheinlich hab ich gleich einen Crime-Stat bis zur... ...bis unter die Hutkrimpe. Da ist meine Leiche. Gut, gut. Nein, nicht schon wieder. Gibt's immer so ein komisches Geräusch, wenn einer tot umfällt. Macht's dann immer. War das jetzt alles? Kann ich jetzt endlich... ...mich looten? Was? Was? Zum Hänker? Kill'em all! Wo kam der her? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Mord, ein Totschlag. Wo kam der her? Hatte der noch was dabei? Nee, wahrscheinlich nicht. Da muss ich ja nicht. Da ist noch einer. Habt es das gehört? Irgendwo ist da noch einer Bin überhaupt nicht aufgeregt Knarre es alle, verdammter Mist Wo ist er hin? Da Ist mehr drin, ne? Nein, nein Fünf Schuss habe ich noch Kommt keine Knarre mehr Kommt keine Knarre mehr Nein, das war falsch So Runter Hilfe Mutter Theresa Mutter Theresa Komm, komm noch Komm noch Einen down gemacht Mit meinen Fäusten Kriegt den anderen auch noch down Einer hin Kuckuck Da ist er Ja Ja Bumm 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 Hahaha Das ist der Nächste Schei Wer von euch hat noch eine Knarre Danke Ist gut jetzt Reicht's jetzt Holy moly Was ist das? Das ist die falsche Munition Verschrubst nochmal Das ist die richtige Äh So Kann ich jetzt bitte mein Zeug wieder haben? Nein, warte mal Ich will mich komplett umziehen Inventory Nein So auch nicht So Wo ist mein Undersuit? Irgendwie konnte man doch den Undersuit einfach ausziehen Und dann Moment Habs gleich Wie geht denn das? Warte mal So Jetzt zieh den Undersuit aus Mach da nicht Das müsste doch ich sein, oder? Ah Ich glaub das bin ich Äh Open Inventory So Wie zieh ich Wie zieh ich mich an? Warte mal Läuft da hier nackt rum So Geht nicht Geht nicht Aus irgendeinem Grund geht das nicht Ich dachte man kann Wenn man sein Undersuit anzieht Dann hat man den Warte mal Ich hab ja noch ein Undersuit an Das ist das Problem Wie? Nee Ich will meinen Undersuit weglegen Kann den Undersuit nicht auflegen Funktioniert nicht Bin zu blöd dafür Schlicht und ergreifend Ähm Schlicht und ergreifend Hier Loot Nee Jetzt ist die Leiche weg Ahhhhhhh Gib das Gib das Gib das Ich will meine Leiche wieder Ja Gib das ein Glanz Pfff Was? Ja Nein Panik Udo Auf seinem Weg Jetzt weiß ich auch wo die das erste Mal her kamen Ich will das anziehen Wer ist das? Bin ich das? Nee Das könnte ich sein Dann machen wir jetzt hier halt Dann machen wir das anders Ah Na, ist gut jetzt War das ein Spieler? Ich glaube, das war ein Spieler. Das könnte derselbe gewesen sein, der mich... Oder? Nee. Könnte er... Ja, der lootet. Und Spieler looten normalerweise nicht. Interessant. Also, ich denke mal, den brauchen wir dann auch nicht um Hilfe bitten. Weil, das könnte derselbe gewesen sein. Der hat dieselbe Maske an, oder? Ist das ein Spieler oder nicht? Nee, der läuft zu komisch. Das macht kein Spieler. Nee, das war tatsächlich einer. Unglaublich, was ich hier wieder getrieben habe. Wer ist das denn? Nee, das sind keine Spieler. Die laufen zu komisch. Das machen keinen Spieler. Unglaublich. Das war ein Beispiel meiner hervorragenden Spielkünste in Sachen PvP und PvE. Ich würde sagen, als nächstes Mal sehen wir uns vielleicht wieder auf dem PTU mit der Zeus. Ich bin mir nicht sicher. So lange liege ich hier noch eine Weile rum. Aber ich liege da sehr stylisch, wie man sieht. Mach auch eine gute Figur dabei. Ich sage, ich weiß gar nicht, ich bin schockiert über meine eigene Performance. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Fleck. Uah! Geist. Wo prisoners